Ein Gepard? Gepard? Aber ist da ein H drin? Ja. Bei Gepard? Ja. Das ist doch diese Raubkatze. Ja. Wo ist denn da ein H? Ein G, ein E, ein H, ein A, ein R und ein D. Gepard. Sie kriegen auf jeden Fall mal 27 Gradesanrufe. Der Gepard ist nicht dabei. Okay. Bleiben Sie mal dran. 27 Gradesanrufe, ja? Ja. Gepard. G. Gepard. G. Husch. Also, ich will mich jetzt nicht auf dem Fenster lehnen. Es kann sein, dass ich voll daneben liege. Ich würde, glaube ich, wetten, dass Gepard nicht mit... Es könnte sein, dass ich jetzt falsch liege. Also, Jürgen zum Beispiel. Der würde das wahrscheinlich mit zwei H schreiben. Gepard. Ja, der wird wahrscheinlich hinten noch mit TH. Ja, so wie ich ihn Jürgen einschätze. Gott, bin schon wieder gemein. Aber ich glaube, Gepard... Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, vielleicht wissen Sie es besser, aber ich glaube, Gepard und H. Ähm, Tiere mit genau einmal H. Machen Sie es mal. Und jetzt nicht irgendwie hier sagen, äh, Elefant. Elefant. Tiere mit genau einmal H zugeschlagen. Lösung, bitte. Hallo? Elefant. 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 Nein, Mann, ist komisch. Dackel? Dackel und Elefant? Leute, kein Wunder, warum wir es eins gelöst haben. Zugeschlagen. Lösung, bitte. Hund? Hund, so, ja. Hund ist leider nicht. Ich sagte mal, ich sag die ganze Zeit hier, wir haben Lösungen hier einmal H und so weiter. Aber wenn da draußen Leute sitzen, die Elefant und Dackel sagen, dann wird es natürlich nichts hier. So, stopp mal ganz kurz, meine Damen und Herren. Also, Dackel und Elefant sind ja die sensationellsten Lösungen, die ich bei so einem Spielwording jemals gehört habe. Dackel und Elefant. Herrlich. Ist herrlich. Deshalb liebe ich diesen Job, den ich mache. Verstehen Sie? Wissen Sie, ich erzähle Ihnen die ganze Zeit mega bekannt, mega bekannt und es passiert Ihnen nichts an der richtigen Lösung. Dann zweifeln Sie natürlich an meiner Aussage. Das ist ja ganz klar. Deshalb wünsche ich mir, dass der Nächste wieder eine richtige Lösung nennt und dann sehen Sie, was ich meine mit den vermeintlich einfachen Lösungen. Das bestätigt mich dann wieder in meiner Aussage. Zugeschlagen. Lösung, bitte. Ich habe das Nilpferd. Das Nilpferd? Mhm. Aber wo ist denn bei Nilpferd ein Haar, Leute? Genauso wenig. Ich höre Nilpferd. Ich höre Dackel. Ich renne. Also Leute, da kommen wir nicht weit. Herrgott, Leute. Die Sendung ist jetzt, naja, nicht ganz eine Stunde alt, aber wir haben erst eine Lösung. Erst eine. Lösung, bitte. Ja, ich würde sagen Meerschweinchen. Meerschweinchen. Wie viele Haar hat Meerschweinchen? Wie viele Haar hat Meerschweinchen? Ja, ich muss gleich in die Klapse. Ich muss gleich in die Klapse. Mir versagt die Stimme. Ich drehe. Ich drehe gleich alles zusammen. Wollen Sie mich ärgern? Sagt mal, Meerschweinchen, Faden, Dackel, Pferd, was Sie mir alles für Lösungen nennen. Nilpferd, oder was? Kein Wunder, warum noch alle Lösungen dranstehen, wenn Sie vor dem Fernseher sitzen und Quatsch erzählen. Oh, Leute, ich sag, Sie müssen einfach mal eine Lösung nennen. Kommen Sie mir ständig, entweder Sie sagen, wir Tieren mit zwei Haar oder Sie sagen, wir Tieren mit gar keinem Haar. Das wird dich wahnsinnig. Hallo? Hallo, lieber Tieren, wahnsinnig werden. Doch, was haben Sie raus? Ja, die Feldlerche. Feldlerche, das ist sehr schwierig. Feldlerche ist es nicht. Drei, zwei, eins, nächster. Aber Sie können das wieder auch schwierige nennen. Ich hab hier so bekannte Leute, die Krieg-Kreislauf-Probleme. Zugeschlagen, Lösung bitte. Ja, hab ich. Hab ich, so. Ist es leider nicht, aber gute Antwort. Drei, zwei, sechs, dann wenigstens hab ich ein Haar. Wenigstens hat der Anrufe das richtig gemacht. Ich hab hier die Lösung auf dem Zettel stehen, da können Sie mich... Hab ich, hab ich da zwei Haar. Das werden wir jetzt, ich bin schon genauso blöd, genauso blöd bin ich. Zugeschlagen, Lösung bitte. Oh Gott. Hallo. Die Kuh. Die Kuh. Wie viele Kuhs hat das Haar? Wie viele Kuh hat das Haar? Äch. Wie viele Kuh hat das Haar? Das ist aber, ich bin schon völlig bescheuert. Haar bischt. Dackel hab ich auch schon gehört. Äh, Elefant. Nil fährt der ganze Schrott. Zugeschlagen, Lösung bitte. Der Hammerkopf. Der Hammerkopf. Jawohl, der Hammerkopf. Natürlich der Hammerkopf. Ich hab'n Hammerkopf, Freunde. Ich hab'n Hammerkopf. Auf'n Hals. So'n Hals hab' ich, der platzt mir gleich. So, wenn Sie nicht sofort ein Tier haben mit einem Haar. Drei Flippische B. Seepferdchen. Ich hab' schon, ich hab' gerade Seepferd verstanden, Kinder.